hallo und jetzt willkommen zu einer neuen folge cyberpunk mit dem murky ich wollte mal gucken das zeigt eindeutig nach oben das heißt ich muss irgendwie auf das haus saugen dafür irgendwann mal so noch mal gucken was ist zu tun da kann man judy anrufen da begibt sich zum afterlife die frage ist wie weit ist es weg das afterlife war das ist quasi ums eck das heißt da kann man eh gleich hin aber davor kann man noch diese eine nebenquestion machen bei dem typen ihre körper alter niemals und achtet auf ihre augen kalt und dort ihr konzern existiert nur als deckung für ihren schrägen lebenswandel besser gesagt dort den wandel ich sag's euch saburu ist nicht wirklich dort er weit ungestört in der familien geruft ja okay aber saburu ist wirklich tot vertraue mir ich weiß es überzeugung du hast einen tod mit eigenen augen gesehen naja also eigentlich nein habe ich nicht siehst du siehst du doch wie fragt ihr können sterbliche zu monstern werden die dem tod trotzen mit hilfe der techn und nekromanten von alpha centauri es war ihr blut das saburu arasaka trank um sich in diese teufelsblut zu verwandeln gary verrat doch keine arasaka geheimnisse die finden dich na und die satt ist ausgebracht die wahrheit wird würzeln schlagen und uns aus dem fängen der eindringlinge befreien was sind ja auch noch verschwörungstheoretiker alter was ich kenne dich du kommst oft hier lang du hast die wahrheit erkannt das sehe ich in deinen augen lässt du mir eine kleine spende damit ich meine mission wahrscheinlich ist die kleine spende zehntag ja du kriegst mehr als das kleines hier hundert kann man das gute arbeit nimm das um night city wach zu rütteln so ein bisschen chaos stiften danke für deinen beitrag ich wusste gleich gott im himmel aller was ist das hier ihre existenz wesentlich leugnet kann ich jetzt gehen sie schon gewonnen ich glaube ich kann gehen also wir müssen zum nachleben was stimmt nicht ich bin ich suchen die mich? kann das sein? was du Golde? 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 Golde und Barista, alles klar das heißt wir sind in New York oder wie? anders würde ich das jetzt nicht interpretieren hier ist eine Schnellreisestation hier war doch gerade eben wieder unten alles klar wir haben die nächste Tarot Karte das heißt hier darf man jetzt auch noch Karten sammeln Gwent Karten schauen wir mal ob ich ins Afterlife rein darf hey ja der Emmerich lässt mich sogar rein ja der Emmerich lässt mich sogar rein ja der Emmerich lässt mich sogar rein der große Chulo mit dem Dirk hab ich gehört mein Weiß benutzt du dich an seinem Drink? Karte auf Eis wie mit Nusa Gingerbread und ein Schuss ganz genau und den Drink nennen wir? den Jackie Wells genau und der erste Jackie Wells geht auf mich dann holen wir uns mal an Jackie Wells zu Ehren von Jackie Wells was darf's denn sein? hm 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 das steht ja gar nicht dabei Okay tschüss Per Sache ist da kannst du einen Drink vertragen ah das hör heute was da wieso kann ich mir keinen Jackie Wells kaufen? ich schon ein bisschen belastend ich hätte das eigentlich schon gern gehabt ja dann halt nicht genau, wenn er dann auch wieder schauen ich habe alles verloren hast du was, Rogue? Fick dich einfach! Pass auf, auf wen du dich einlässt okay Rogue, ich will mit dir reden ich habe keine Ahnung, wer du bist mein Name ist V und was willst du von mir, V? keine Ahnung Scheiße, Rogue, die gemütlich auf einer Couch im Afterlife abhängt versuch nicht sie zu verarschen sie hat röntgenaugen, sie schaut dich sofort sag ihr die Wahrheit deine Dienste in Anspruch nehmen ich suche einen Mann Anders Hellmann, ein Top-Techniker hat für Arasaka gearbeitet Moment Anders Hellmann, besorg mir seine Infos Danke nicht so schnell erstens ich arbeite nicht umsonst zweitens und drittens Dexter Deshawn Jackie Wells T-Bog bei dir läuten die Alarmglocken wie du gehst über Leichen und hinterlässt eine Blutspur ist das alles nur einer Pechsträhne zuzuschreiben das ist die dreckige Rogue, die ich kenne sprich sie auf den Sarka Tower an die sie mich vor ihren Augen abgeknallt haben du willst ernsthaft Todesanzeigen vorlesen? von mir aus Johnny Silverhand im Arasaka Tower kalt gemacht direkt vor deinen Augen pack noch mehr auf Lager wenn du willst oder wir reden einfach du hast echt Eier, Junge gefällt mir nicht an jedem aber bei dir stehen sie gut doch hier geht's ums Business du brauchst meine Hilfe also pack deine Eier wieder ein und hol dafür die Eddies raus siehst du? ah, und wenn mir die Kohle fehlt dann heißt es verpiss dich und schönes Leben noch oder wie? nein eher komm wieder wenn du sie hast das sind die Spielseite Bro, wo sollen wir denn so viel Geld herkriegen? 20.000 bei Vic 15.000 bei ihr du weißt, wo du mich findest Bro moin, Alter hätte sich das auch mal erledigt ja was gibt's zu tun? ich brauch Geld nennen wir es eine Lieferung von A nach B schnell und unauffällig Interessiv? schick das besser zuerst zu nem Fixer pass auf die Mittelsmänner du brauchst nur Geld mit der Einstellung wirst du es in diesem Business nicht weit bringen du brauchst keinen Brand ich brauch einen Lieferant also machst du's oder nicht? ja, was gibt's? das ist ganz einfach du gehst zum Kabuki-Ufer holst das Paket ab holst mich an und ich sag dir wo du es hinbringst okay Dennis die Bezahlung? keine Sorge du bekommst doch ein Buch importiert und soll natürlich alles ganz einfach sag ich doch ist einfach ne gut bezahlte Lieferung mach mal also machst du? na klar ich mach's ich wusste doch dass wir zwei uns einbringst geh zum Kabuk such dann nach einem Kühlschrank auf dem No Future nimm was drin ist und ruf mich dann an anschließend sag ich dir ne gut bis später merze dir so jetzt sind wir hier im Afterlife und hier läuft ganz laut Musik und ich bin mir nicht sicher ob das nicht copyrighted Musik ist und da sind wir wieder draußen und hier ist ne schnell Reisestation ok also für die Quest dann müssen wir 15.000 Dollar beschaffen alles klar ähm ass auf wie weit ist das weg dann können wir die nämlich gleich mal hier natürlich wieder stimmt wir brauchen auch noch Geld für dieses scheiß Auto hier 13.000 Dollar ja das leckt mich am Arsch warte wo ist hier wenn wir hier tune up war das glaube ich Delamain HQ die Brücke runter hier rüber das heißt Gefahr sehr hoch das heißt Gefahr sehr hoch heißt wir sollten da noch nicht hingehen alles klar jetzt heißt schon nun Victor versuche mit Barry zu sprechen Fahrzeug kaufen dann gibt es noch ein paar Nebenmissionen zum Beispiel hier gibt es noch eine die können wir mal machen vielleicht gibt es ja Moneten das müssen wir uns jetzt alles natürlich erstmal nach und nach zusammen sammeln das Geld das müssen wir alles hier in der näheren Umgebung machen weil wir noch kein Auto haben was natürlich auch etwas blöd ist oder wir haben kein Auto mehr wohl eher okay und irgendwo da hinten gibt es ein 1 Quest das wir machen können so einfach über die Straße rennen passiert ja eh nichts so und da fällt mir gerade noch einer das mache ich nachher nach der Aufnahme kurz craften okay Regina was los es geht um geklaute Medikamente jemand versteckt die in der Wohnung in Kabuki aber ich weiß nicht was dich da sonst noch erwartet sei vorsichtig bringen sie mir zurück und ein paar Ripper werden dir sehr dankbar sein mehr Infos sind anbei Dankeschön okay Paket mit gestohlenen Medikamenten alles klar dann mal kurz quicksafen war glaube ich F5 oder ja geht es einmal hier hoch okay durch das Fenster könnte man wahrscheinlich da irgendwie gehen ist das ein Essensautomaten brauchen wir nicht ich weiß es ist keine gute Idee durch den Haupteingang zu gehen Aschenbecher brauchen wir jetzt nicht unbedingt machen wir jetzt mal gerne mit was liegt da noch nochmal Abspächer an der Shisha das sieht aus wie ein Kühlschrank das ist auch einer hier liegt noch was zum Heilen ein Haufen Futter hier ist auch was eingestürzt alles klar die Frage ist halt gibt es hier Gegner Taka nein Taka brauchen wir nicht ich erinnere noch gleich was altmodisches BD Headset nochmal mit was wirklich am Arasaka Tower geschah wo sie Johnny Silverhand die Hand abgeschossen haben haben wir ja in der einen Aufzeichnung gesehen da beziehungsweise in seiner Erinnerung auch wenn der die Hand danach wieder am Körper hatte was er dann doch etwas das beschiss ist ich glaube wir befinden uns hier in einem aber das ist doch das ist hier in Plastikhose nimm mal mit so das heißt man kann wo war das eingestürzte jetzt? hier ja hier was na hier können wir jetzt hochgehen vielleicht finden wir da die Metz die wir brauchen da ist auf jeden Fall nochmal ein Buch boah ich weiß nicht was wir mit dem ganzen Buch und dem ganzen Zeug was man da so finden kann machen sollen da ist ein Euro Dollar drin die nehmen wir auch gern mit hier ist nochmal eine Schallplatte mit der ich quasi nichts anfangen kann und nochmal Euro Dollar nehmen wir gerne mit und Ingenieurshelm gewöhnliche Item Komponente war das so schlau? ich weiß es nicht ich glaube wir hätten mit dem reden können Moment das machen wir nochmal das machen wir nochmal erst mal drüber strecken wunderbar okay aber jetzt wissen wir auch dass wir da nicht so langsam durch müssen da jawohl weil wie ich bin habe erst mal wieder das Schießen angefangen so einmal da rüberspringen nochmal die Umgebung durchsuchen ich habe sogar noch mal ein bisschen mehr Geld gefunden gibt es was zum gucken da kann man nicht unbedingt genau so wenn ich brauche ein Feuerzeug das Ding können wir hier nicht mitnehmen die Hose nehmen wir mit genau dann können wir hochgehen da war nochmal das Geld das Geld das werden wir brauchen das Geld ne nicht hier alles das war da vorn glaube ich hier war es irgendwo hier war dann der Arasat und die Ness und hier war dann nochmal Geld das haben hier drin war dann eine Persönlichkeit ja ok aber Vorsicht mit dem Abzug wie hast du mich gefunden? ist ein Auftrag von einem Fixer nichts Persönliches gib mir die geklauten Mads und ich bin weg geklaut? das Baloperidol wirbt nicht also wer klaut hier von wem? wer? Ripperdogs die sind die Verbrecher Baloperidol? für Cyberpsychose? ich bin nicht irre verdammt ganz ruhig Klappe! geh weg! wenn sie bei dir eh nicht wirken gib sie doch einfach mir du bist so wie die Ripper Politiker genau wie dieses Arschelhaut mir fallen da schon Unterschiede ein Knautze! der Bastard hat von der Forschung gestohlen dem sind die Kranken scheißegal aber aber bald finde ich ihn kalt ein toter Politiker ändert überhaupt nichts doch diese gratzüngigen Teufel werden es danach nicht wagen ihr Volk noch einmal zu betrüben wieder so ein Spinner Schluss damit mir reicht's die können uns nicht so behandeln die 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 dürfen uns nicht mehr benutzen es ist Wahlkampfsaison der erste der nach Holstod die Antipsychoschiene fährt gewinnt die Wahl nein nein das ist nicht wahr die Leute werden das verstehen das System das Verfall nein wird es nicht die werden dich jagen dich und alle von deiner Sorte Cyberpsychoterrorist auf der einen Seite medienreitende Politiker auf der anderen wer wird da wohl gewinnen? geh geh bitte du weißt ich kann nicht ohne die Metz da drüben ich will allein sein okay dann Avaridia Chow so ein armer Teufel du sagst es Jody dann hinterlegen wir mal die Medikamente hat er sich gerade erschossen? Tja das war's wohl kann ich mit dir reden? nö wat na ja cool stell aber wir können auf dem PC hier schauen was diese für Nachrichten hat bezahl oder dein Kopf explodiert oh Liam Tyler nach William her ja ja der Zug ist glaube ich abgefahren ja gut kann man jetzt auch nichts mehr machen wa? wir Arbeiter sind zu wissen ob wir den irgendwie davon hätte abhalten können weder hier irgendjemand anderen umzubringen noch sich selbst hm er siehst dann bleibt ein Rätsel so jetzt bringen wir aber erstmal die gestohlenen Metz ab da gibt es nämlich wieder Geld diesen ganzen Alkohol kann man dann eigentlich auch mal hier verkaufen Mission abgeschlossen nice so Verbrechensmeldung bisschen Geld hat das gegeben ist gut hier sind nochmal zwei Quests das ist aber nochmal wir waren ja gerade hier waren nochmal Big in Japan wo muss man dafür hin da hoch dann machen wir die Quest Big in Japan die gibt bestimmt auch nochmal Geld aber wir haben halt kein Auto wir können uns gleich das erste neue Ding kaufen entweder ein neues Auto oder die Information bei der einen oder wir sparen noch ein bisschen weit und geben es dann weg ähm wir müssen auf jeden Fall mehr von diesen Quests machen das sehe ich jetzt schon weil die geben nämlich ordentlich Geld ordentlich Verpiss dich so das heißt wir sprinten jetzt zu der nächsten Quest von der Regena bisschen Quest muss halt auch mal sein wir haben jetzt die letzten paar Folgen von der Hauptquest gemacht da ist eine Nebenquest hier und da auch schon mal drin und hier ist anscheinend ein Überfall im Gange machen wir mal Bildprotokoll BD54 brauchen wir mal diesen BD Jonas 4 2 3 5 go Jetzt kommt die Müllabfuhr! Haben die mich schon entdeckt? Kann halt die da hinten jetzt wechseln. Peinlich? Oh je. Oh, die war schnell tot. Oh, ich treff schon wieder gut, ich treff schon wieder, holy shit, Zielwasser ist getrunken worden. Jetzt habe ich echt auf Zivilisten geschossen. Okay, schauen wir mal, ob das Kirchenmesser was taugt. Es taugt tatsächlich was. Okay. Ich muss vielleicht noch mal ein bisschen an der Audi-Abstimmung arbeiten. Boah, Alter, da haben wir die Hüfte weggeschossen, holy shit. Was bringt das? Äh, E9. Bitte. Ich weiß zwar nicht, was ich davon als gerade gekriegt habe. Oha. Einiges. Mich würde sehr interessieren, was passiert, wenn ich jetzt hier einfach so ein Auto nehme. Ich würde sagen, okay, dieser Goldene hier gefällt mir. Ich steig jetzt ein, es ist dann meiner. Da muss ich Autos kaufen, damit ich die rufen kann. Ja. Ist wahrscheinlich. Ich. 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 Das heißt, wir müssen hier jemanden umlegen. Na, machen wir das doch mal. Was? Jotaro? Ich würde gern mit Jotaro reden. Hast du einen Todeswunsch? Sagen mir manche nach. Geh, solange du noch kannst. Vertraue mir. Ich hab gehört, du hast was im Angebot für anspruchsvolle Kunden. Kannst du was empfehlen? Du bist wohl ein echter Kenner. Für dich habe ich extra realistische BDs. Alle Geschlechter, Ethnien oder Fetische. Alles, was deine Synapsen so auf Hochtouren bringt. Alles klar. Das heißt, wir suchen mal jetzt, bevor die Folge zählt, das ist Jotaro auf. Grüß dich. Darf ich da nicht rein? Dann halten wir den Gehker wieder. Ah, das ist dann für Braindancers, I see. Was? Ich bin ja zurück. Heute. Ich will mir was nötig. Das wird nicht verstanden. Ich bin nicht verstanden. Guten Tag. Ich schau nur, was es hier so gibt. Was bist du? Wieso kann ich mich mit dir verlinken? Glücksspielautomat. Yay. Und wir haben genug Geld für das Auto. Nice. El Guapo. Jetzt muss ich mich erstmal hier zurechtfinden. Was darf's denn sein? Nix, Barkeeper, nix. Die Frage ist, wie komme ich an dem Genossen hier vorbei? Irgendwie muss das ja gehen. Vielleicht von hinten? Komme ich vielleicht von hinten an Jotaro? So. So komme ich an Jotaro ran. Kann ich jetzt hier mal F5 machen? Dann kommt bestimmt gleich wieder zurück. D. Dann bin ich größer. Dann bin ich schwerer. Dann bin ich nicht so. Dann bin ich nicht mehr von der Ju� een gefehlung. Dann bin ich schon приложierde. Dann bin ich erst mal in den Zahn. Dessertal, ich bin nicht mehr so. Dann bin ich sicher. Zugriff gewährt Die Frage ist nur, auf was habe ich jetzt Zugriff Das kann ich wahrscheinlich hier rein Oben ist was großes Gliedfeindlich Fälschte Dokumente, alles klar Da liegt noch was Okay, Data Mining V1, Data Mining V2 Das heißt, ich muss irgendwie schauen, dass ich zu dem nach unten komme Das heißt Je nachdem Ich muss Entweder ein Ich habe jetzt hier die Auswahl zwischen 1C und der BD55 Wenn ich hier auf die 1C gehe, habe ich die Auswahl zwischen Ich brauche dann quasi I9 Nach dem I9 brauche ich nochmal 1C Das heißt, wenn ich auf das 1C gehe, gehe ich auf I9 Dann habe ich wieder nur das Und wenn ich auf BD gehe Wenn ich BD Dann kann ich hier E9 und 1C Scheiße Das habe ich jetzt natürlich verplant Ich brauche natürlich 4 Schritte Das heißt Erster Schritt, zweiter Schritt, dritter Schritt, vierter Schritt Genau Das heißt, ich muss im ersten Schritt so machen, dass ich Danach BD machen kann Dann nach dem BD brauche ich E9 Ne, ich brauche quasi BD Dann brauche ich BD und dann brauche ich BD BD Das heißt, ich brauche nichts BD 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 Das muss man Nichts BD 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 Fast Genau das, was ich machen wollte Quick saven So, da gibt es noch was zum Looten Nochmal click saven Und dann kann man glaube ich hier rein Jetzt bin ich quasi hinter der Bar Und oben ist dann Jotaro Der bemerkt uns da eh nicht Gewöhnliche Item Komponente Wir gehen hier wahrscheinlich gerade in den riesen Bereich F5 So, Jotaro ist halt über uns Ich muss halt nochmal eine Stufe nach oben Also hier So, Jotaro sitzt dann irgendwo hier in dem Bereich Ne, da geht es nicht lang Da sind böse Menschen Und wenn es hier lang geht, schauen wir mal Komm ich nicht durch, das heißt ich muss durch diese Tür da Da Breach-Protokoll rein So 1C9 brauche ich Und wir haben sogar alle Kameras deaktiviert, das ist ja praktisch Das ist praktisch Ich bin auch die Augen und so Und sagte Jo... Setzst du uns an? Ja Ich bin so schnell Dann bin ich jetzt mal So, ich bin so schnell 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 So, dann wäre er das auch erledigt. Dann können wir mal kurz quicksafen. Die Folge geht halt wieder ein bisschen länger. Ich glaube, da kommt schon Tabukrat. Was heißt hier Feinkontakt bestätigt? Das ist echt schon Tabukrat. Ich will mir den mal genauer angucken. Ob das ein Easter Egg für Georgios Bizarre Adventure ist? Ich weiß es nicht. Wäre zumindest ganz cool. Vor allem, wenn jetzt dann irgendwie auf der Nachricht, die wir da gerade bekommen haben, irgendeine Anschluss. Das müssen wir eigentlich mal gucken. Splitter. Splitter? Da. Jotaro Shobo. Okay. Nix von wegen. Warte. Nee, das ist glaube ich keine Jojo-Anspielung. Das wäre zu schön gewesen, um wahr zu sein. Aber richtig gekleidet war er. Immerhin. So, und jetzt ganz easy hier rausschleiten. Da ist noch ein Tüchlein. Gut. Geschafft. Easy peasy. Ein Wichser weniger in dieser Stadt. Prima. Danke weh. Auftrag erledigt. Wunderbar. Wunderbar. Und es gab nochmal ordentlich Cash. Gut. Aber das war's dann mit der Folge. Cyberpunk wie immer. Wenn's nicht gefallen hat, lass leck da. Wenig. Schreibt's in die Kommentare. Immer Kritik ist gern erwünscht. Ansonsten bleibt gesund. Habt noch eine gute Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.